Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, Roxa hat ja am 4. Oktober diesen Jahres, also vor zwei Wochen etwa, das neue Bikers DLC veröffentlicht. Und da sind ja einige Sachen schon mit ins Spiel reingekommen, was viele vielleicht noch gar nicht wussten, was alles neu dazu gekommen ist. Und darüber möchte ich jetzt einfach mal kurz berichten und so ein bisschen meine Meinung dazu erzählen. Aber ich möchte nicht das erzählen, was schon tausende von mir erzählt haben, sondern ich möchte einfach nur mal was Neues euch erzählen, was ich selber herausgefunden habe und ja, was ich darüber denke, wie das vielleicht zustande kommt. Und zwar am 11.10., das war eigentlich letzten Dienstag, hat nämlich Rockstar 2 der bisher neuen Fahrzeuge nochmal hinzugefügt. Und zwar einmal der Western Dayman und der BF Raptor. Die sind seit dem Bikers DLC im Spiel drin und die wurden aber erst am Dienstag dieser Woche, also am 11., erst veröffentlicht. Und da sind jetzt immer noch einige Fahrzeuge drin, die immer noch nicht veröffentlicht wurden und die zwar schon im Gamecoding zu sehen sind und mit irgendwelchen schlauen PC-Mods kann man die auch schon spielen. Darüber will ich jetzt aber auch nicht näher eingehen, weil ich denke mal, die Fahrzeuge kennt ihr schon alle. Ich lasse die auch gerade im Hintergrund so ein bisschen ablaufen, damit ihr seht, um was für Fahrzeuge es sich handelt, welche noch ins Spiel kommen, aber noch nicht wirklich drin sind. Aber ich möchte auf was anderes hinaus und zwar, ich habe jetzt einfach mal so selber mal im Gamecoding reingeschaut und will einfach mal schauen oder wollte schauen, was es da noch alles gibt. Und zwar sind mir sehr viele komische Sachen aufgefallen, was Rockstar mit ins Spiel gebracht haben. Und zwar in der Vergangenheit kam es jetzt auch schon öfters vor, dass Rockstar immer wieder mal alte Fahrzeuge neu mit ins Spiel gebracht haben, weil da vielleicht irgendwelche Texturfehler waren oder sonstige Fehler, wo einfach nicht gepasst haben. Deswegen bringt Rockstar ab und zu mal die alten Fahrzeuge neu ins Spiel rein. Das ist auch damals mit dem Adder passiert. Der Adder ist seit Patch 1.0 mit dem Spiel und der kam dann irgendwann mal später, so ein halbes Jahr später glaube ich war es, mit dem neuen Patch nochmal neu ins Spiel. Aber daran hat sich nichts geändert, weil sie da einfach nur die Fehler ausgebessert haben oder die Textur verbessert haben. Und irgendwie auffällig sind viele neue Fahrzeuge wieder mit ins Spiel gekommen. Das ist einmal der XLS 2, den Titan, den ETR 1, den Omnis, den Luxor, den RE7B und den Gargoyle zum Beispiel. Und beim Gargoyle ist das so, seit dem Bikers DLC hat er jetzt auch neue Modifikationen. Also man kann mehrere Sachen tunen, was viele halt noch nicht wussten. Aber seit dem Canning Stunt DLC, wo das Motorrad mit ins Spiel kam, wurde inzwischen jetzt seit dem Bikers DLC neue Modifikationen hinzugefügt. Und es kann natürlich sein, dass auch für die Fahrzeuge, die ich gerade erwähnt habe, dass da auch neue Modifikationen mit ins Spiel gekommen sind oder vielleicht noch neue Modifikationen mit ins Spiel kommen werden. Oder es hat sich einfach gar nichts geändert und Rockstar hat einfach nur ein bisschen die Textur geändert und ja, nichts weltbewegendes. Und zusätzlich kam auch noch der Frankensteinsch, oder wie der richtig ausgesprochen wird, nochmal neu ins Spiel. Daraus lässt sich schließen, dass der wahrscheinlich am Halloween DLC wieder verfügbar sein wird, in einer vielleicht besseren oder anderen Form, wie wir ihn kennen. Ich habe jetzt auch mal die Texturen angeschaut. Also die Lackierung sind alles noch die gleichen, wie es es damals auch gab. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt neue Modifikationen hinzukamen, weil auch dort wurde die Datei ein bisschen geändert. Aber das ist alles ja mal so dahingestellt. Vielleicht ist es nur eine kleine optische Verbesserung, die uns jetzt gar nicht auffällt. Also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Frankensteinsch auf jeden Fall wieder ins Spiel kommt am Halloween DLC oder Halloween Special besser gesagt. Genauso wie die Wetterveränderung, wo es auch schon viele darüber berichtet haben. Ich denke mal über die Tage von Halloween oder vielleicht in einem Gegner-Modus wird sich wahrscheinlich das Wetter so ändern, wie ihr es jetzt wahrscheinlich gerade im Spiel im Hintergrund seht. Aber wissen oder genau wissen tut es im Moment noch keiner. Und wenn wir natürlich auch gerade beim Gegner-Modus sind oder bei einem eventuellen neuen Gegner-Modus, dann habe ich auch noch hier was rausgefunden. Also das sind neue Symbole, die mit ins Spiel gekommen sind, mit denen ich eigentlich so, wie sie jetzt hier sind, überhaupt noch gar nichts anfangen kann. Also das eine heißt hier Boost. Das sieht so aus wie in einem Rennen so ein Boost. Aber ich kann es jetzt nicht wirklich zuordnen, ob es wirklich der Boost ist, den wir schon haben, der einfach jetzt so ein bisschen verändert wurde für die Röhren vom Canning's Dance DLC oder ob das was komplett Neues ist. Finde ich jetzt auch nicht so tragisch, weil es kommt nämlich hier auch noch dieses Symbol, kam noch mit ins Spiel und es nennt sich Hopp. Was das auf sich hat, habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Also ich habe das wirklich noch gar nicht gesehen, vielleicht ist mir am Anfang noch nicht aufgefallen. Aber ich habe eigentlich die Gegner-Modus gespielt und die Warenhäuser habe ich schon ein bisschen gefüllt von den Motor-Club-Gedönse da. Aber wirklich aufgefallen ist mir dieses Symbol wirklich noch gar nirgends im Spiel und deswegen lässt sich vielleicht daraus schließen, dass aufgrund des Wetter, wo der Zug kam oder kommt und durch dieses Symbol, dass da vielleicht ein neuer Gegner-Modus entsteht, weil es gibt auch das Bestie vs. Schlitzer oder sowas. Da erinnert sich das Wetter ja auch mit dem Blackout oder so, wo davor auch noch nicht im Spiel drin war. Aber das sind alles nur Vermutungen. Sehen werden wir es wahrscheinlich an Halloween. Ich denke, davor wird es wahrscheinlich nicht ins Spiel kommen. Abgesehen davon wahrscheinlich am Dienstag vielleicht das eine oder andere neue Motorrad, was bereits schon im Coding drin ist. Aber wenn ich jetzt gerade beim Coding bin, da ist nämlich etwas sehr, sehr Interessantes und zwar ist Udenich genauso der impotent Duke, sowohl als auch der impotente Duke or Death neu ins Spiel gebracht. Und da denke ich mir, ja okay, vielleicht ein neuer Gegner-Modus, vielleicht der neue Duke or Death und da könnte ich das jetzt aber nur eine Vermutung. Also bitte Jungs, wenn es nicht so ist, erzählt ja nicht, dass Teddy sagt, oh, der Duke or Death kommt ins Spiel. Nein, das ist jetzt nur eine Vermutung. Es kann natürlich sein, dass der Duke or Death was mit den Symbolen zu tun hat, was dann vielleicht auch ein neuer Gegner-Modus sein könnte oder dass der vielleicht wirklich direkt ins Spiel kommt. Weil es ist schon seltsam, dass beide Fahrzeuge, also der normale Duke und der Duke or Death, dass die beide neu ins Spiel kamen mit einer kleinen Veränderung. Welche das sein wird oder welche das war, kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe jetzt nichts feststellen können. Aber es kann natürlich sein, weil es kommt jetzt irgend so was wie eine neue Garage ins Spiel, weil ich habe da noch ein bisschen weiter geschaut und habe auch zum Beispiel jetzt hier diesen Turm mal festgestellt, warum der jetzt neu ins Spiel kam oder was daran verändert wurde, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es jetzt neu ins Spiel kam und auf jeden Fall sehr interessant ist. Ich weiß noch nicht, wo der Turm sich befindet. Ich habe jetzt mal geschaut. Ich sehe da jetzt nichts und irgendwie glaube ich, dass da irgendwas Neues mit ins Spiel kommen wird oder vielleicht schon was gekommen ist, was ich selber noch gar nicht weiß. Also wenn ihr wisst, was es mit dem Turm oder mit dem Wasserturm hier auf sich hat, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dann schaue ich da auch mal hin und gucke mir das Ganze mal an. Aber was bis jetzt, was ich wirklich, ich habe noch gar keine Ahnung, was dieses Gebäude auf sich hat, weil dieses Gebäude ist nämlich zu, also da kann man nichts machen, da kann man rumlaufen, das ist auch schon seit Anfang an im Spiel. Ich kenne das Gebäude schon aus der Story, weil es gibt ja mehrere Missionen, wo man da hin muss und was das Gebäude so auf sich hat, weiß ich nicht, weil es kam jetzt neu ins Spiel und wie ihr seht, da lässt sich jetzt diese Türe öffnen und dieses Tor lässt sich öffnen. Innen drin sieht man, dass es hohl ist, da lassen sich wahrscheinlich dann irgendwelche Gegenstände platzieren und irgendwie sieht es so aus wie eine neue Tuning-Werkstatt. Aber wir haben jetzt die Bennys Garage für die ganzen Lowrider und für den Sultan und den Benji. Dann haben wir ein normales Customs, aber was ist das für ein Gebäude? Also es sieht aus wie eine Garage, wo man was tunen kann und auch die Türen lassen sich öffnen, weil die Türen habe ich nämlich hier, die wurden ich neu extra programmiert und auch nochmal neu ins Spiel gebracht. Also mit diesem Gebäude hat es auf jeden Fall in den nächsten Tagen was auf sich. Was es allerdings sein wird, weiß ich nicht. Vielleicht, weil der Duke und der Duke oder Deathsense Spiel kam, kann es natürlich sein, dass es sowas, das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung, dass man jetzt Fahrzeuge gepanzert auftunen kann, weil es gibt ja den Kuruma und den gepanzerten Kuruma. Dann gibt es den XLS und den gepanzerten XLS, genauso mit dem Schäfter. Und ja, da gibt es Baller und was weiß ich, wie viele Fahrzeuge man auch noch in einer gepanzerten Version kaufen kann. Und weil die beiden Fahrzeuge mit ins Spiel kamen und es sieht einfach aus wie eine Tuning-Garage, meiner Meinung nach, kann es natürlich sein, dass eine neue Tuning-Garage aus irgendeinem Grund mit ins Spiel kommt und weil diese beiden Fahrzeuge auch mit ins Spiel kamen oder geändert wurden, dass da vielleicht eine Verbindung entsteht. Aber das ist jetzt alles nur meine Vermutung. Wir müssen uns auf jeden Fall überraschen lassen, was kommt. Aber ich finde es auf jeden Fall extrem interessant, dass dieses Gebäude die nächsten Tage uns auf jeden Fall beschäftigen wird. Das sehe ich einfach im Gamecoding. Wenn es natürlich nicht so sein wird, dann, Jungs, seid ihr bitte nicht böse. Es kann allerdings sein, dass es auch erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr kommt. Aber auf jeden Fall diese Entdeckung finde ich extrem interessant und das wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich dazu gefunden habe. Wenn euch sowas interessiert, wenn ich da öfters mal im Gamecoding auch nachschaue und was rausfinde, und wenn ihr euch interessiert, was ich finde und meine Meinung dazu hören möchtet, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder lasst mir ein Like da. Dann weiß ich, alles klar ist, sowas kann ich öfters zeigen oder sowas. Behalte ich einfach für mich die Information und lasse euch einfach überraschen. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe trotzdem, dass es für euch ein wenig interessant war, obwohl es euch jetzt nicht wirklich extrem krass weitergeholfen hat, weil es keine richtigen Informationen von Rockstar sind, sondern alles nur Vermutungen und Sachen, die ich halt gefunden habe. Hoffe ich natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn es nicht so ist, dann müsst ihr halt einen Backflip machen. Ich bin an der Stelle auf jeden Fall mal raus, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.